So, dass die Leute schnell an ihre Waren rankommen. Und, ähm, ja. Das wäre besser. Natürlich haben wir den schon. Da steht es ja sogar drauf, einmal. Okay. Spiegel der Königin des Meeres. Das müsste dann... Ähm, hier steht auch nicht einmal welche... Ähm, hier, Ariel, da steht es. Ariel ist die Königin des Meeres? Okay. Platziere es in der Nähe der Docks im Land der Uralten. Okay. Let's see! Lass mal ein bisschen stärken hier. Schöne Erdbeeren. Oh, Wolli, wenn essen könnte, würde ich ihn welche geben. Aber Wolli ist ein Roboter, der kann nicht essen. Vielen Dank.